Moin Leute, die CDU hat auf unsere Fragen geantwortet und ich möchte euch nur mal ganz kurz die Hintergründe zu den Fragen, also was war das jetzt überhaupt nochmal für die Leute, die nicht so dabei waren, kurz erklären und dann gehen wir direkt auf die Fragen und auf die Antworten der CDU ein. Und ich werde noch ein bisschen ein Statement abgeben, was ich von diesen Fragen oder von den Antworten insbesondere halte. Das Ganze hatte den Hintergrund, dass wir als DIY-PV- und Akku-Community schon sehr viel erlebt haben, was so Bürokratie angeht, was störrisches Beamtentum angeht und wirklich auch teilweise totales Fehlverhalten der Netzbetreiber, wobei nicht alle schlimm sind, das möchte ich direkt immer dazu sagen. Und jeder, der so eine Anlage mal selber versucht hat anzumelden oder aufzubauen, weiß, wie ätzend das ist. Und für viele ist das wirklich auch ein Hindernisgrund, sowas überhaupt anzugehen, was sehr schade ist. Also selbst bei Kleinstanlagen wie einer Balkonsolaranlage. Und da wir das Ganze so problematisch finden, habe ich quasi euch angeboten, eure Fragen an die Parteien zu schicken im Namen unserer Community, damit wir ein bisschen mehr Gewicht haben gemeinsam. Also ich denke mal, 10.000 Menschen haben sicherlich mehr Gewicht als nur einer. Es sind sechs Fragen dabei rausgekommen. Die haben wir zusammen aufgestellt und zusammengefasst. Alles, was uns interessiert hat. Und ich habe die ganzen Fragen an die verschiedenen Parteien geschickt. Die erste Frage geht über Balkonsolaranlagen. Da haben wir halt viele Meldungen bekommen, dass Netzbetreiber oftmals den Umbau des Zählerschranks fordern, die Anbringung von Wielanddosen und dass die ganzen immensen Kosten, die dadurch entstehen, die Wirtschaftlichkeit einer solchen Anlage vollständig vernichten. Man muss sich da immer klar machen, dass es sich dabei einfach nur um Kleinstanlagen bis maximal 600 Watt handelt. Das heißt, die sollten eigentlich nicht besonders groß irgendwie dem Netzbetreiber Schwierigkeiten bereiten. Ich glaube, jeder würde auch verstehen, wenn man halt sagt, das Netz ist jetzt hier am Limit oder so, dass man dann halt die weitere Anbringung verbietet. Aber sofern das noch geht, kann man das eigentlich zulassen und sollte man auch. Die Stadt Freiburg zum Beispiel macht es komplett anders. Die fördert solche Anlagen mit 200 Euro und ermöglicht eine unbürokratische Anmeldung. Wobei von der Politik aus gesehen die Anmeldung mittlerweile tatsächlich gar nicht so schlecht ist. Trotzdem kommen diese Meldungen über die Netzbetreiber. Also unsere Frage, die wir da gestellt haben, ist, werden sie den Ausbau solcher Kleinstanlagen, hier besteht ein Riesenpotenzial für sehr geringe Kosten, unterstützen und die Bürokratie abbauen und wenn ja, wie? Die zweite Frage geht wie ebenfalls über Kleinstanlagen. Wenn zum Beispiel diese Kleinstanlagen einspeisen möchten und den Strom fairerweise vergütet bekommen möchten, dann wird oft ein Zweirichtungszähler verlangt und dieser kostet 100 Euro im Jahr. Und damit ist die Wirtschaftlichkeit dieser Kleinstanlagen praktisch wieder zerstört. Hier ist die Frage, werden sie hier etwas verändern und den Menschen einen echten finanziellen Anreiz bieten, solche Anlagen aufzustellen. Hier spielen wir besonders auf Länder wie die Niederlande an, die das zum Beispiel mit rückwärtsdrehenden Stromzählern machen und das war es auch schon. Also damit ist die gesamte Abrechnung mit dem Staat eigentlich schon durch. Also sehr, sehr einfach, unkompliziert und unbürokratisch. Also es ist möglich und viele andere Länder gehen auch diesen Weg. Das ist in Deutschland wirklich besonders kompliziert. Die dritte Frage geht über Inselanlagen, Off-Grid-Anlagen. Das sind quasi Anlagen, die mit einer großen Batterie speichern und entsprechend vielen PV-Modulen das Haus oder die Wohnung autark oder teilautark betreiben. Also welche das öffentliche Netz quasi nur noch als Backup verwenden, wenn kein Solarstrom mehr geliefert wird und der Akku leer ist. Ansonsten sind die Systeme, also es heißt PV und öffentliches Netz vollständig getrennt, also wirklich komplett getrennt. Da gibt es keine direkte Verbindung eigentlich. Und da haben wir auch leider Berichte vorliegen, dass da auch Netzbetreiber, auch ich war davon betroffen, tatsächlich die Anmeldung praktisch unmöglich gemacht haben. Und im Marktstamm-Datenregister, wo man die ganze Geschichte anmelden muss, was auch eigentlich kein Problem ist, es dort anzumelden, gibt es aber keinen Eintrag oder kein erleichtertes Verfahren für solche Anlagen. Und da ist unsere Frage, werden Sie sich dafür einsetzen, dass solche Anlagen ein vereinfachtes Anmeldeverfahren bekommen? Und in meinen Augen sollte ein bloßes Eintragen im Marktstamm-Datenregister vollkommen ausreichen und der Netzbetreiber hat hiermit dann nichts mehr weiter zu tun. Die vierte Frage geht um Lithium-Akku-Recycling. Hier ist es einfach so, dass damit katastrophal mit den Ressourcen umgegangen wird. Der Witz ist halt, wir können eigentlich Akkus sehr gut recyceln, aber wir tun es immer noch leider zu einem sehr geringen Anteil. Und die Gesetzeslage ist da halt auch einfach wieder absolut katastrophal. Also beispielsweise ist es, wenn man einen E-Auto-Akku recyceln möchte, ist das Problem, dass das irgendwie zum Beispiel, ich glaube im Moment liegt es bei 50 Prozent, die Recyclingquote, die vorgeschrieben ist, aber der Massenanteil. Und leider zählt dazu halt auch das Gehäuse und alle anderen Teile. Und das heißt halt irgendwie unterm Strich wird halt wirklich wenig recycelt. Und unsere Recyclingrate in Deutschland ist auch schlecht. Das muss man sagen. Also in anderen Ländern, besonders jetzt zum Beispiel Schweiz oder so, liegt die um Größenordnung über das, was wir hier schaffen, was sehr schade ist. Da ist die Frage natürlich, was planen Sie bezüglich des Recyclings von Lithium-Akkus? Ist da eine Verbesserung zu erwarten? Die fünfte Frage, das ist auch tatsächlich schon die letzte Frage. Ich dachte, es wären sechs, es waren nur fünf, sorry. E-Autos und die Ladepreise. Also hier ist es auch wirklich zu beobachten, dass es mittlerweile zahlreiche Anbieter für Ladesäulen von E-Autos gibt und dass die Preise einfach stetig Richtung 1 Euro pro Kilowattstunde steigen, also in die Richtung gehen zumindest. Was das E-Auto praktisch teurer macht als ein Benziner im Moment. Ich weiß, man kann da hin und her rechnen, aber so unterm Strich passt das ganz gut. Und hier ist eigentlich schon wieder das Problem, E-Autos können sich nur Leute auch wieder mit entsprechendem Geldbeutel leisten. Da fängt es halt wieder an und das Aufladen dann irgendwann vermutlich auch, wenn es so weitergeht. Und da stellen wir halt die Frage, was planen Sie, um die Preise der Ladesäulen für die Fahrer von E-Autos noch in Grenzen zu halten und das Ganze auch für Leute mit vielleicht weniger Geld verfügbar zu machen. Okay, hier die Antwort der CDU. Sehr geehrter Herr Schmitz, vielen Dank für Ihr Schreiben an die CDU-Bundesgeschäftsstelle. Bla, bla, bla. Das Bundeskabinett hat weitere Steuerentlastungen für Elektrofahrzeuge beschlossen und damit den Ausbau der E-Mobilität weiter gestärkt. Die CDU unterstützt diesen Vorstoß, denn E-Mobilität bietet die Chance auf saubere Mobilität. Der Gesetzesentwurf soll nach der Sommerpause im Bundestag beraten werden. Ja, gut, die Frage, also das ist schon irgendwas, wo ich jetzt nicht so wirklich den direkten Bezug zu meinen Fragen sehe. Man kann, ja, kann man drüber streiten, aber naja. Wir wollen mehr öffentliche Ladestationen und auch das Laden beim Arbeitgeber oder in Gemeinschaftsgaragen vereinfachen oder günstiger machen. Die Anschaffung von E-Autos sollen durch Kaufprämien und Steuerbefreiung ebenfalls gefördert werden. Darüber hinaus setzen wir uns für die Batteriezellenfertigung in Deutschland einen Recyclingkreislauf für Rohstoffe für Batterien und umweltfreundliche Entsorgung ein. Das Rundum-Sorglos-Paket, das hätte Armin Laschet wahrscheinlich nicht besser formulieren können. CDU und CSU wollen aber auch weitere Antriebsarten fördern und sauberer machen. Hierbei setzen wir auf moderne Power-to-Gas-Ansätze, die Brennstoffzelle, Wasserstoffantriebe und eine stärkere Erforschung von Biokraftstoffen. Okay, also einfach mal alles aufgezählt, was es möglicherweise irgendwann mal gibt. Das ist schön, ist leider sehr unkonkret, trotzdem in Ordnung. Okay, die Mobilität der Zukunft ist ein Beitrag unter vielen für den Klimaschutz und im Rahmen unseres Klimadialogs und da kommt jetzt noch ein bisschen Geschwafel. Dann verweisen Sie auf die Seite klimadialog.cdu.de. Tatsächlich gab es die nicht, als ich die damals aufgerufen habe. Da kam ein Error auf der CDU-Seite. Mittlerweile ist die verfügbar, sieht fürchterlich aus, aber funktioniert zumindest. Also ich fand, dass die Fragen, die wir gestellt haben, eigentlich sehr ernst zu nehmen und auch sehr konkret waren. Und das sind auch lösbare Probleme. Die sind nicht unlösbar. Das waren jetzt keine unlösbaren Fragen oder sowas. Und ich denke, dass die einer erfolgreichen Energiewende, dass die extrem wichtig wären, diese Probleme anzugehen, die wir da angesprochen haben. Gerade Bürokratie und so weiter ist sicherlich ein Thema, was irgendwie viele Leute einfach immer abschreckt und mich auch. Ich finde das schrecklich. Also das ist irgendwas, wo man dann schon wirklich von Anfang an einfach keinen Bock mehr hat, sowas anzugehen. Und daher wollte ich einfach nur wissen, inwiefern die Parteien diese Probleme ernst nehmen und die überhaupt auf den Schirm haben und ob die überhaupt Ahnung von der ganzen Thematik haben. Deswegen diese konkreten Fragen. Und mir ging es auch darum, zu wissen, ob die Parteien überhaupt so eine YouTube-Community wahrnehmen und ernst nehmen. Auch das ist keine Selbstverständlichkeit leider. Ich meine, letzten Endes sind das einfach immer ein paar tausend Leute oder noch mehr, die da irgendwie dahinterstehen und Fragen haben und Fragen beantwortet bekommen wollen. Und ich finde, da hat man auch ein Recht darauf. Und natürlich gibt es für all die Probleme, die ich genannt habe, auch wirklich Lösungen. Das ist alles nicht unlösbar, was wir da gefragt haben. Deswegen ist es für mich so ein bisschen so, dass ich die Antwort der CDU jetzt sehr, sehr enttäuschend fand. Fast schon ein bisschen peinlich, weil die Antwort eigentlich nur sehr indirekt was mit den Fragen zu tun hatte. Ich fand, wir haben sehr konkrete Fragen gestellt. Auf die E-Autos wurde ein bisschen eingegangen, aber auch nur mit, wie ich fand, sehr, also Palaver. Ich sage es einfach mal so. Und das finde ich sehr, sehr, sehr dünn. Also für mich war das eine sehr dünne Antwort. Und ich glaube, die Antwort ist folgendermaßen entstanden. Da war der Mensch, der das jetzt hier beantwortet hat, dann hat sich dann so gedacht, ey, hier ist wieder so ein Umwelt-Greenpeace-Peta-Idiot, so Tiere und Klima und so einen Scheiß. Der fängt gleich an zu heulen. Hol mal den Klimaspinner 0815-Standard-Antworten-Katalog. Der muss irgendwo zwischen den maximalen Bürokratie für Dummies irgendwie stehen. Und dem Katalog für Wirtschaft und Industrie braucht keine Menschen-Katalog. Und dann hat er sich wahrscheinlich am Ende gedacht, ach, was soll's, die sind ja eh alle dumm und rauchen Gras. Also schreibe ich einfach selbst was. Und entsprechend ist auch die Antwort. Also ich fand das dünn, peinlich und ich fühle mich nicht ernst genommen. Und ich habe auch nicht den Eindruck, dass die wirklich, also bei der Antwort habe ich nicht den Eindruck, dass die wirklich verstanden haben, wo da die Probleme liegen. Für mich war der größte Punkt die Bürokratie. Und ich fand, wir haben das sehr konkret angesprochen. Und das wurde überhaupt gar nicht erwähnt. Und das ist einfach nur traurig und armselig in meinen Augen. Und ich werde jetzt ganz bestimmt die CDU wählen. Ich war vorher schon wahnsinnig begeistert von dieser Partei, wie sie einfach Braunkohle und alles über Jahrzehnte hinweg jetzt über absolut alles gestellt hat. Obwohl schon wahnsinnig lange klar ist, dass das eine Katastrophe ist. Und jetzt wird da geheuchelt, bis zum geht nicht mehr. Und ja, also meine Wahl wird es nicht sein. Wie gesagt, ich möchte jetzt auch niemanden auf die Füße treten. Ihr dürft natürlich frei wählen, wie ihr wollt. Aber falls ihr mit an diesen Fragen gearbeitet habt, dann war das sicherlich echt ein Schuss in den Ofen. Die SPD enthält sich wie immer. Ja, es ist traurig, dass man damit anscheinend auch hier irgendwie gut Politik machen kann, indem man einfach gar nichts sagt. Ja, die Grünen kommt nächste Woche. Ja, die Antwort war überraschend positiv. Oder zumindest war es eine Antwort. Ja, es wurde jede Frage beantwortet. Da dürfte darauf gespannt sein. Ich fand es okay, ja, also auch nicht perfekt, aber es war immerhin mal eine vernünftige, ernstzunehmende Antwort. Und bisher die einzige, die ich bekommen habe. Also, wartet gespannt auf das nächste Video. Dann kommen die Grünen dran. Und wie gesagt, ich hoffe, dass euch das ein bisschen besser gefällt. Macht's gut und bis zur nächsten Woche. Und wie gesagt, ich hoffe, dass euch das ein bisschen besser gefällt.